Willkommen zurück hier bei GTA San Andreas. In der letzten Folge haben wir hier Missionen in der neuen Stadt gemacht und es ist gerade alles ein ganz bisschen kompliziert, denn es ist fucking heiß. Es waren heute irgendwie 35 Grad hier. Ich denke mir nur so, danke für nichts. Und es ist halt gerade mal 18.56 Uhr. Ich nehme voll früh auf. Das heißt, es ist immer noch fucking heiß. Ja, jetzt muss ich so ein bisschen schauen, wie ich das mache und welche Missionen ich mache. Welche Optionen haben wir denn gerade? Wir haben D. Wer ist D? Moment, wir gucken mal kurz auf die Legende. Crash. Lol. Okay. Nicht gerade blind. Nein, da. Okay. Mad Dog. Ich erinnere mich, glaube ich. Ich denke, wir gehen erstmal zu den Polizisten. Da habe ich irgendwie gerade Bock drauf. Ich werde jetzt auch nicht ganz so lange aufnehmen. Ich nehme jetzt erstmal nur eine Stunde auf. Danach kühle ich den Raum hier erstmal wieder runter und dann nehme ich halt nochmal später auf, damit ich jetzt nicht in der Hitze komplett eingehe und sterbe. Ja, ich muss mal wieder so ein bisschen rumexperimentieren mit dem Mikro und mit dem Ventilator, dass ich einen Ventilator für die Aufnahme zumindest anhaben kann. Denn das geht halt momentan nicht, was ein bisschen schwierig ist. Ich muss hier einmal kurz rein. Dankeschön. Ja. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter genauso schön wie bei mir. Ich habe um 18 Uhr halt auch nichts Besseres zu tun, als aufzunehmen deinen Spaß. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich dachte mir heute, ich mache das zumindest halbwegs schlau, dass ich halt so in zwei Zügen aufnehme und dann halt dazwischen den Raum wieder runterkühlen kann. Deswegen, ja. Versuchen wir das mal zumindest. Ich dachte, ich würde hier auf den Freeway kommen. Tue ich das? Ja. Okay. Perfekt. Was kann ich noch erzählen? Gibt eigentlich gerade gar nicht mal so viel. Ich habe mir keinen Timer gestellt, sehe ich gerade. Jetzt habe ich einen gestellt. Perfekt. Wo muss ich denn hier hinfahren? Das ist ja wirklich der Arsch der Welt. Ist das in der Wüste? Moment, wir gucken mal kurz. L. Ah. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diese Mission. Ich erinnere mich. Irgendwas wird passieren, was mich nervt. Ich muss gerade mal überlegen, tatsächlich. Wie schnell die hier sogar unterwegs sind. Irgendwie crazy. Ähm. Ich muss das gerade mal so ein bisschen reflektieren, was damals hier passiert ist. Okay. Oh, shit. Das war nämlich auch in dieser Geisterstadt, in der wir schon mal waren. Da sind wir gerade auf dem Weg hin. Und es ist also wirklich, es ist so fucking heiß. Wirklich, ich nehme halt wirklich fünf Minuten auf. Und die Luft steht halt einfach instant. Richtig schrecklich. Ähm. Naja, ich nehme nicht mal fünf Minuten auf, ne? Aber vielleicht ist das Fenster schon fünf Minuten zu. Ja, es ist wieder die Geisterstadt. Ich wusste es. Hier war nämlich irgendwas los. Auf dem Friedhof, meine ich. Oder vielleicht doch noch nicht. Ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es, holmes. Nein, ich war nur chillin. Ich wusste es, du warst. Das ist das Dossier? Hand es über. Hey, alles cool jetzt? Ich weiß nicht, Karl. Eddie? Ah, unser Junge hat gut gemacht. Okay, doch der Friedhof. Ich weiß nicht. 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 Ich sehe dich wieder in der Presseite. Und ich sehe dich in der nächsten Zeit. Karl. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist gut. Es ist genug für zwei. Oh, oh. Oh, oh. Allerdings muss ich sagen, den mochte ich noch nie. Der ist zwar immer... Das ist halt so... Das ist so ein Speichellecker irgendwie. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Der tut irgendwie immer so auf... Der will halt so auf große Klappe machen. Aber vor dem anderen hat der trotzdem brutalst Tschüss. Also wirklich brutalst Tschüss. Alter, was machen die denn hier? Mann. Okay, den kriegen wir noch. Er flieht gar nicht. Er ist doch hier vorne. Oh, damn. Dass genau jetzt die Polizei kam, war natürlich auch extrem ungünstig. Allerdings haben die ihm ja auch nicht geholfen. Surprise. Es ist auch irgendwie heute ein ultra merkwürdiges Gefühl aufzunehmen. Ich weiß nicht. Ich fühle mich irgendwie auch so richtig komisch. Aber wie kann der auch so schnell fahren? Das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Was hat er getan? Was? Was? Ich weiß nicht, Pulaski, ich weiß, was du versuchen zu machen, und du wirst nicht in meine Hände schlafen. Ich bin nicht schlafen, das beste Steakout ich habe. Karl, du solltest du gesehen, deine Mutter, bevor sie war. Sie war eine reale Bedeutung. Most der Gesicht war auf. Keine Worte über meine Mutter. Die Mädchen, du kennst dich mit ihr. Du kennst dich, Pulaski, du kennst dich. Du kennst dich, Pulaski, du kennst dich. Was? Wie ist das möglich? Okay, ähm. Ich beende mal wieder kurz die Folge, weil ich habe keinen Bock neue Waffen zu kaufen, auch wenn wir gerade reich sind. Das macht für mich keinen Sinn. Wir hören uns sofort wieder. So, willkommen zurück. Ähm. Ja, ich habe das Ganze jetzt nochmal neu gestartet, so halbwegs. Zumindest das Spiel. Und jetzt könnt ihr auch den Speicherstand laden. Und jetzt müssen wir den Typen halt loswerden. Ich hoffe, der baut halt wieder irgendeinen dämlichen Unfall, weil der halt nicht unbedingt der schlauste ist. Es wäre irgendwie ganz schön. Aber ich glaube, so viel Glück haben wir dieses Mal nicht ganz. Leider. Schade. Aber es kann ja noch kommen. Okay, er baut doch Unfälle, weil er nicht unbedingt der schlauste ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe immer eine Sache für sie. Pinkpenny und ich habe ein paar Prank-Shots von ihr und ihr Freund von der Burialen. Sieht nach wie ein paar Horne Chihuahuas. Mann, ist sie aus wie ein Pro. Scheiße, Pulaski. Ich weiß, was Sie versuchen zu machen. Und Sie werden nicht in meiner Kopf schrauben. Ich bin nicht schrauben. Das beste Steak-Out habe ich gemacht. Karl, Sie sollten Sie gesehen haben Ihre Mama bevor sie war. Sie war ein Mensch. Sie war ein Mensch. Felt mit meinem Mama? Die Spiele von Leute haben mit ihr zusammengebracht. Sie haben mich nicht nur mit ihren Wagen. Sie waren solche Geräusche und mit ihrs? F*** ihr, Pulaski. F*** ihr! Ha, ha, ha. Nicht so fühle dich jetzt sehr fühle anar? Ja, da sind die Brände scheitern, F***. Danke für das Auto. Ich denke mal, diesen anderen Polizisten werden wir jetzt aber auch nie wieder sehen, oder? Ich meine, das Auto ist zwar gerade explodiert, aber who cares? Ja, dann sind wir jetzt schon mal los. Dann würde ich jetzt, glaube ich, zum Überfall gehen. Ich weiß halt, doch, ich weiß wieder, welche die letzte Mission war. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber die kam halt erst viel, viel später, glaube ich. Also ich habe die zeitlichen Zusammenhänge nicht mehr im Kopf. Übrigens, was ich gerade, glaube ich, nicht gesagt habe, ich habe jetzt einen Ventilator angemacht. Ich hoffe, man hört das nicht. Allerdings sterbe ich halt sonst. Ich habe den extra so auf die niedrigste Stufe gestellt und so hingestellt, dass er quasi nur indirekt auf mich pustet, damit das halt nicht ins Mikro geht. Lol. Ach, das ist eine Shooting Ranch. Okay. Ja, deswegen. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich hoffe, ich komme hier jemals wieder raus. Vielleicht im Rückwärtsgang. Naja, fast, ne? Perfekt. So. Dann würde ich jetzt tatsächlich zum Überfall gehen. Ich glaube, der ist jetzt noch nicht. Also dafür brauchen wir noch mehr Informationen. Mussten wir nicht auch irgendwas mit unserer komischen Freundin machen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Bin ich da in der Nähe vielleicht? Oder wohnt die am anderen Ende der Stadt? Sie wohnt fast am anderen Ende der Stadt. Wir könnten da mal kurz vorbeifahren. Einfach so aus Joke. Puh, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust auf die. Ich sage es euch, wie es ist. Wir könnten die halt auch, wie gesagt, einfach killen. Das ist mir schon mal passiert, dass ich die halt aus Versehen umgefahren habe. Vielleicht war es auch absichtlich. Wer weiß. Ähm. Ja. Oder wir bringen sie halt einfach dazu, uns freiwillig das Zeug zu geben. Den Weg würde ich eigentlich gerade lieber gehen, weil, ja, es ist halt ansonsten relativ komisch. Weiß nicht. Klar, es wäre auch irgendwie lustig, glaube ich. Aber, ja, wir würden uns immerhin diesen ganzen Bullshit mit dir sparen. Die geht mir halt super triems auf den Sack damit, ne? Und wir brauchen vorher auf jeden Fall auch ein neues Auto. Das hier zum Beispiel. Das gefällt mir ganz gut. So. 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 Oh Gott, da komme ich, glaube ich, nicht raus, ne? Komm, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Glaube leider nicht. Nee, hier nicht. Hier vielleicht? So halbwegs. Das reicht mir. Boom. Geiler Stunt. Gut. Oh, ich überlege gerade, was, was, die Alte mochte gern Bars und so einen Scheiß, ne? Geil gerade zu Hause. Natürlich nicht. Ich hasse sie. Möchte sie gerne umfahren. Die Polizei verfolgt mich jetzt auch noch. Dann schauen wir mal, was wir noch so für Überfallmissionen machen können. Es sei denn, da steht jetzt irgendwie sowas wie, du musst irgendwie was mit deiner Freundin machen, um hier weitermachen zu können. Das kann auch gut sein. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. So. Oh Gott, ich fahre so furchtbar. Aber ich finde es auch ein bisschen lustig. Einmal aus dem Weg hier. So, da war der Sexshop. Mensch. Das war irgendwie schon lustig. Ich hoffe halt wirklich, man hört den Ventilator nicht. Das wäre einfach so unangenehm. Aber ich könnte es im Nachhinein eigentlich noch rausfiltern. Aber wirklich ohne sterbe ich halt, ne? Das ist halt wirklich ungünstig. Das lustige ist halt auch, ich nehme halt jetzt gerade, weiß ich nicht, jetzt sind es vielleicht 15 Minuten. Okay, hier muss ich drüber reden. Ähm, ich nehme vielleicht gerade 15 Minuten auf oder so und hier sind halt direkt zwei Grad wärmer im Raum. Ist einfach nur lustig. Aber die Sonne knallt hier halt auch den ganzen Tag drauf. Das ist halt ungünstig. Von frühmorgens bis spätabends. Das ist halt ungünstig. Okay, ich überlege gerade. Begib dich zum Flughafen. Du brauchst dein Flugzeug, um mit dem Fallschirm über dem Damkai abzuspringen. Ich überlege die ganze Zeit, welche Mission das war. Sie kommt mir mega bekannt vor. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Stromversorgung der Stadt sabotieren. Irgendwie ist das Motorrad mega lahmarschig. Hm. Komisch. So, der Flughafen ist auf jeden Fall schon mal am Start. Perfekt. Erstmal die Bushaltestelle mitgenommen. So gehört sich das. Ich muss mal kurz was trinken. Das mach ich so nebenbei beim Fahren. Ich hab gar keine Ahnung mehr, wie man ein Flugzeug hier fliegt. Das ist problematisch. So, erstmal machen wir hier jetzt das aus. So. Ging das so? Nein, hiermit, ne? Ja, okay. Und mit zwei, genau, mit zwei fahre ich das ein. So. Okay, so weit, so gut. Wir fliegen immerhin schon mal. Wir sind sogar relativ hoch. Jetzt nicht richtig krass hoch, aber wir sind auch nicht tief. Oh man. Danke für die Feststellung, Sherlock. Ja, wenn ich bei dem Wetter immer so ein bisschen Quatsch rede, nicht wundern. Das liegt einfach an der Hitze. Die schlägt mir aufs Gehirn. Deswegen rede ich eventuell noch ein bisschen mehr Quatsch als sonst. Okay. Und wo soll ich jetzt hinspringen? Oh, ich muss noch weiter nach oben. Zum Glück ist das Ganze nicht zeitlich beschränkt. Okay, wir müssen ja richtig krank hoch. Ich wende hier einmal. Wir sind ja schon fast wieder in San Fierro. Okay, ja, so hoch komme ich doch niemals. Das Flugzeug ist doch mega gone. Oder? Ja doch, dieses Mal könnten wir es schaffen. Eingabe. Okay, ich falle schon mal. Oh Gott, ich kann nicht schwimmen. Fuck. Das ist jetzt ungünstig. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wo muss ich hin? Ah, okay, okay, okay. Ich glaube, ich erinnere mich schon mal grob. Deswegen würde ich auch jetzt schon mal runter gehen. Einfach weil ich ja eben weiß, dass ich nicht. Ähm. Dass ich nicht schwimmen kann, weil ich ansonsten den Frame Limiter wieder aktivieren muss. Und das Ganze ansonsten ultra buggy wird. Aber wozu müsste man dafür so hoch fliegen, ey? Ich check's überhaupt nicht. Ist irgendwie ultra stumpf. Ja, das könnten wir schaffen. Ich arbeite zumindest daran und mein Timer ist weggegangen ungünstig. So, jetzt ist er wieder da. Puh. So. Perfekt gelandet. Da kann man nichts sagen. Okay, ich glaube, langsam erinnere ich mich tatsächlich. Habe ich noch? Ich wollte schon sagen, habe ich noch Munition? Äh, beziehungsweise die Pistole mit Schalldämpfer? Das wäre irgendwie ganz günstig. Das könnte mir dabei nützlich sein. Noch nützlicher wäre mir tatsächlich meine Pistole, die ich nicht mehr habe. Ich hasse alles. Aber dann, wir müssen uns unbedingt eine neue Schall, äh, schallgedämpfte Pistole holen. Mann, er kommt doch gerade genau in meine Richtung. Was soll ich denn dann machen? Hoffen, dass er mich nicht sieht. Ja, okay. Er bleibt einfach nur stehen. Und geht wieder in die andere Richtung. Puh, okay. Hier sind auch gerade nur zwei. Ich könnte die natürlich beide erschießen, aber ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ob das möglich ist. Okay. Ich würde mich hier einmal kurz in der Ecke verstecken. Bis der hier ist und sich wieder umgedreht hat. Okay, der ist schon mal gone. Wo ist der andere? Nein, hier ist keine Action. Keine Action. So. Gut, ich würde aber sagen, an der Stelle beende ich jetzt mal die Folge. Was uns im Inneren erwarten wird, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und über eine Bewertung, einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und ja, bis zur nächsten Folge.